Die MT Melsungen trifft heute Abend im Pokal-Achtelfinale auf dem Bergischen HC. In der Liga hat man den Bergischen HC auch schon in der Rotenbach-Halle mit 26 zu 24 schlagen können. Insgesamt spricht auch die Statistik klar für die MT Melsungen. Sie sind also der Favorit. Man will wieder ins Final Four nach Hamburg, wie schon letztes Jahr, als man erst im Finale dem TBV Lemko unterlegen war. Ich habe mit Kapitän Kai Häfner gesprochen. Ich glaube, es wird ein super spannendes Spiel, ein schweres Spiel. Die letzten Begegnungen waren immer eng. Es ging heiß her. Ich hoffe, dass wir diesmal wieder das bessere Ende für uns haben. Pokal ist immer etwas Besonderes. Da heißt es entweder, man gewinnt oder man ist raus. Das wollen wir heute auch machen. Natürlich ist das immer eine schöne Sache, das Final Four. Da wollen wir auch diesmal wieder dabei sein. Dafür müssen wir zuerst mal den ersten Step machen, das Spiel gewinnen. Wenn man das miterlebt hat, war es nicht so optimal für uns das letzte Ergebnis. Deswegen wollen wir es diesmal besser machen. Um 19.30 Uhr heute Abend geht es los. 1.730 Fans dürfen mit dabei sein unter der 2G-Plus-Regel. Heißt also geimpft, genesen und dann eben auch noch getestet. Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wir berichten natürlich live. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020